So, für die Bauchmuskulatur wollen wir uns heute mal den Straddle Wee Up anschauen. Nehmt euch so eine ähnliche Position an wie das ihr vom Hollow Body Leg Race kennen, also den Toten Käfer, legt euch auf den Rücken, streckt die Beine aus, in dem Fall wieder ein V gespreizt, die Arme dazu auch weit nach außen geführt, und jetzt schließt die Arme und bringt, so weit es geht, durch die V-Folge mit den Beinen durch. Versuch den vollen Bewegungsumfang zu nutzen und nicht zu hastlich zu arbeiten.